Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or not. Im heutigen Einsatz geht es um eine Geiselrettung. Wir sollen leise die Geisel aufspüren und zu ihnen vordringen und sie natürlich in Sicherheit bringen. Ich bin hier wieder mit King, John, Eli und Prescott. Roger, ich komme zu dir. Polizei, legt deine Hand auf! Hand auf! Geht auf deine Wege! Ich bin auf dem Boden. Fuck! Ich bin hier nicht mehr. Shit, das lief sehr gut. Nice. Ähm, ja. Let's go. Again. WTF? Gut. Die KI-Macht hat einfach auch gar nichts. Das mache ich mir das Problem. Wenn man nicht der KI spielt. Okay, mirrohr block. Okay, mirrohr block. Bescheid euch! Ich bin hier! Wer geht los! Wissen? Ich bin hier! Gibt es. Ich bin mir in! Das war's für heute. Musstet ihr ihn unbedingt erschießen? Ich frage mich ob man, also ob die Suspects uns eigentlich hören oder nicht, wenn ich versuche zu schleichen. Ich frage mich auf meine 6. Copy das. Falling in. Stop. Fühlen es jetzt. Wir sind blockt. Go, go, go! Hats up up your hand. Police hit! Fall in. Affirmative. Move in to your position. Okay, roger that. On the move. Restrain targets. Cover me. Done. Zimmern, ready to go. Copy, I'm on the move. Talk to entry team. Roger that. Trailer's on route. Deploying chemlight. Can save. Move in and clear it. Alright. Roger that. Move in and clear it. Copy that. Open sesame. Light stick out. Moving up. Chemlight out. Flowlight deployed. Get down, I wanna see hands. Hands. Police, hands up. Okay. Move in and clear it. Move in and clear it. Move in and clear it. On the move. Gigi. Auto. Alright. I'm still taking help. Go go go! On my 6. Copy. 18 000. 1982. 如何. Wir haben ein bisschen Zeitdruckproblem, dass ich schon anfange die Leute zu erschießen. Ich werde sie sicher sein. Get down! I don't want to kill you kids! Contact neutralized. Talk to Entry Team. Copy Entry Team, proceed with mission. Down on your knees! Fuck. Von wo? Von wo? Holy shit. Gut. Mit der KI kann man das vergessen, diese Mission. Ich würde sagen, das war für diese Folge. Tut mir leid für diese kurze und knappe Folge. Aber mit der KI ist das unmöglich. Ähm, ja. Gut. Civilian killed. Drei. Eben, wie gesagt. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017